Oh fuck, er kommt, er kommt, oh scheiße, 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 scheiße. Was? Wie sieht er mich denn? What the fuck? Alter, alter, alter. Fuck. Beim letzten Mal haben wir uns den Schlafsaal angesehen und jetzt stehen wir schon mitten in der ersten Prüfung oder im ersten Programm von Marcroft Cooperation oder eher gesagt von die Outlast Trails. Oh, was haben denn meine Augen da erblickt? Ein kleines, oh was? Flasche zum, halte und drücke, dann gedrückt zum Werfen. Oh scheiße, oh scheiße. Ich dachte, das wäre was zum Heilen. Scheiße, ich dachte, das wäre jetzt was zum Heilen. Okay, gut, never mind. Ja, wie schon gesagt, wir sind wieder hier in die Outlast Trails. Alle meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. So, kann ich, da kann ich mich drin verstecken. Oh, da ist der große Oschi, ne? Scheiße, das ist der große Oschi jetzt schon. Oh Gott, den habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. Den habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. Hilfe. Das hat jetzt so gar nichts gebracht. Oh fuck! Er kommt, er kommt. Oh scheiße, 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 scheiße. Was? Ich will nicht schon wieder eine Psychose haben. Scheiße, 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 wo muss ich denn hin? Jail, hier. Oh fuck! Oh fuck, Alter. Oh! Alter, das mit diesen Psychosen, das kommt jetzt auch einfach nur spontan? Ist das dein Ernst? Was? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Boah, Dicker. Ey, ich würde ja sagen, die Psychose kann nicht mehr... Hallo! What the fuck? Oh nein, nicht schon wieder. Ah, nein. Wo bin ich? Ah, wo bin ich? Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, mit ihr, mit ihr, mit ihr, mit ihr. Ah, ja, 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 ja. Scheiße, 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 scheiße. Ah, 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 ah. Ich mach mir gleich in die Hosen. Ich mach mir 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 in die Hosen. Alter, was? Alter. Ey, wenn das so weitergeht, ich bin doch gefickt. Okay, never mind. Ich wollte eh gehen, ich wollte eh gehen. Tschüss, 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 tschüss. Alter, ich bin doch... Boah, ich kann nicht mehr. Hier, oh Gott, danke, danke, danke. Ich möchte das gerne haben. Voller Verstand. Willst du mich verarschen? Ich habe gleich keinen neuen Verstand mehr. Darf ich mich in dem Mülleimer verstecken und nie wieder rauskommen? Boah, Alter, ich, ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und ich konnte mich da noch nicht mal richtig umschauen, Digga. Oh fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Wir drücken. Fuck, 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 fuck. Fuck. Okay. So, wieder hier in dem Bereich. Das ist jetzt nicht, aber hier noch der Typ. Der ist weg. Okay, gut, never mind. Moment. Oh, hallo, Alter. Oh Gott, das erinnert mich hier schon ein bisschen an... What the fuck? Okay. Das erinnert mich hier so ein bisschen an Outlast Whistleblower. Damals auch mit Eddie Kluskin. Oh Leute, wenn ihr das Projekt bei mir gesehen habt. Boah, Eddie Kluskin for life, ne? Also... Snitch. Erscheinend müssen wir hier rein. Da ist sie, die kleine Snitch. Das ist ein Dietrich, glaube ich. Ja. Hallo. Oh Gott, was? Ich muss gedrückt... Achso, ich muss... Ich muss gedrückt halten. Das war jetzt Notversorgung, ne? Oh fuck, starte den Generator neu. Ich möchte jetzt noch nicht tun. Hier kommt nicht aus den Zellen raus, richtig? Oh Gott, wieso habe ich so ein ungutes Gefühl gerade hier? Was ist das? Was ist das? Auf der 3. Was ist das? Adrenalin. Kann ich das einmal nehmen? Was bringt mir das? Nichts? Gut. Okay, da stehen die wieder beobachten. Was bringt mir das scheiß Adrenalin, Digga? Was bringt mir das? Nichts gefühlt, ne? Aber meint. Aber meint. Wir kriegen das schon hin. Oh, was hier? Oh, das ist gut. Wie viel habe ich denn noch? Na, ich habe noch genügend. Okay. Underground Parking. Mit einem Dietrich öffnen. Den Dietrich habe ich. Oh fuck. Hey. War doch gar nicht mal so schlecht. Was ist hier drin? Oh fuck. Alla yes. Nehme ich. Aber ich habe halt... Down this way. Gesunder Respekt vor Autoritätspersonen. Okay. Underground Parking. Wir sollen ja den Generator anmachen. Boah ey. Tut mir leid, wenn ich jetzt noch nicht so viel kommentiert habe. Aber... Jesus Christ. Achso, wiederhalten. Aber Jesus Christ. Das hat mir jetzt schon mal einiges. What the fuck? Was machst du mit mir? Komm schon durch. Oh, das geht so durch. Ich raste aus. Okay. Öffnen. Die will ich gar nicht. Ich will... Oh, der Typ ist ja hier. Der Typ ist safe hier. Hier ist Benz. Warum brauche ich Benzin? Willst du mich verarschen? Warum brauche ich denn... What the fuck? Warum sind da immer so Fallen, Digga? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, wo war's? Ich möchte gerne das nehmen hier. Hier ist irgendwie... Was? Was ist los? Warum kann ich mich nicht bewegen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist hier? Warum ist das hier so fucking groß? Ja, hi, Leute. So, erst mal aufladen. Und noch mal aufladen. Hallo, aufladen. Oh, ich möchte voll... Lieber mir hier schon mal ein paar Wege frei machen. Oh, ey. Oh, ja, danke. Neh mich, neh mich, danke. Neh mich, neh mich, danke. Dafür die... Füziose, Füziose, scheiße. Okay, ich bin halt total... Ne, hier ist was. Das will ich doch gar nicht. Wo ist denn dieser scheiß Generator, Dicker? Scheiße, der zeigt mir halt jetzt nicht mal an, wo mein Ziel ist, ne? Ich bin fucked, ne? Da ist er. Mein Problem aber jetzt gerade ist... Brauche ich den Generator wirklich für... Ja, brauche ich. Ich muss da hin, Typ. Ich muss da hin, Alter. Ich muss da hin, Dicker. Und da ist er jetzt. Willst du mich verarschen? Du siehst mich nicht. Scheiße! Ich bin eigentlich nicht da, ne? Du siehst mich nicht. Nein. 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 Oh, fuck. Scheiße, ich bin so tot jetzt, ne? Ich brauche das hier, bitte. Der ist hier immer noch drin. Ach, das hier. Okay, pass. Wo muss ich jetzt hin? Das Ding klaue ich mir mal, Kumpel. Das brauchst du ja nicht mehr. Nee. Das wird mir immer noch angezeigt. Was ist denn hier? Fase. Wieso denn? Was ist denn los? Ach, hier noch die andere Seite. Okay. Wer kommt? Wer kommt, ne? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Start die Generatoren im... Hab ich doch. Du eklige... Du eklige... Du eklige... Du eklige kleine Pest. Deswegen brauchen wir dich wohl. Wenn es ihm fehlt. Irgendwer kommt. Boah, Alter. Ich piss mir gleich in die Hose. Scheiße, ich muss da halt wieder hin, ne? Wie viel hab ich noch? Komm, 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 komm. Wo soll ich mir das schon hin? Nein. Nein. Nein, komm jetzt nicht. Komm jetzt nicht, bitte, bitte, bitte. Ich flehe dich an. Komm nicht. Komm nicht. Komm nicht. Komm nicht. Bitte lass mich das auffüllen, bitte lass mich das auffüllen, bitte lass mich das auffüllen, bitte lass mich das auffüllen. Scheiße. Danke. Oh Gott, Jesus. Oh Gott, Jesus, Jesus. Okay. Einen Generator hab ich schon mal. Der guckt da jetzt natürlich lang. Wo muss ich aber jetzt hin? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Weil mir nichts fucking angezeigt wird. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Wo ist denn... Fuck, ich brauch nochmal hier was. Bitte gib mir das. Dankeschön. Weil ich sterbe hier gleich. Und das will ich nicht. Dankeschön. Electrical. Ist nicht hier vielleicht irgendwas? Oh, hier ist auf jeden Fall das schon mal. Das nehme ich. Danke. Weil für den... Weil für den Dings... Habe ich irgendwas zum Heilen gerade? Ich muss das mal kurz nehmen. Hallo. Damit ich hier überhaupt durchkomme. plus... Ich brauche das Teil. Dankeschön. Das Teil nehme ich mir nochmal. So. Das ist aber halt die Frage, wo muss ich hin? Das wird mir nicht angezeigt. Die Scheiße wird mir fucking nochmal nicht angezeigt. Ich möchte gerne... Danke. So, das als Reserve. Okay. Das Schwierigste jetzt ever... Weil ich hab... Oh. Ich bin hier. Ich bin hier. Stell ich den mal kurz hier... Kann ich? Okay, da steht er jetzt. Wo ist der zweite Generator? Ich krieg gleich hier ne... Ich krieg hier ne Hacke weg gerade gleich. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nein, ich bin nicht da. Hier, Dietrich. Leck mich am Arsch, Dietrich. Scheiße. Wo ist der zweite Generator? Ich krieg gleich hier ne Rappel dicht, Alter. Ich krieg gleich... Ich krieg ne Rappel. Wo ist der zweite Generator? Hallo? Ich warte euch jetzt gefühlt schon überall. Und das nur aus Zufall gefühlt. Hä? Was ist das Zeug? Verstecken. Okay. Ich bin gerade... Ich bin gerade... ...sehr lost. Sehr confused. Okay. Ich bin nicht da. Startet die Generatoren im Keller. Ja, aber wo denn? Scheiße, ich hab bald nichts mehr. Scheiße. Das muss ja eigentlich jetzt schnell vorbeigehen. Aber ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich hab keine Ahnung. Es wird mir nicht mehr auf dieser Scheißkarte angezeigt. Ich weiß nichts mehr nie. Wirklich? Ich bin gerade sehr confused. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Es wird mir nicht mehr auf der fucking Karte angezeigt. Scheiße. Ich glaube, das ist jetzt echt doof. Aber ich muss mich hier nochmal verstecken. Ey, es tut mir so leid. Aber ich glaube, ich muss nachsehen. Ey, wollte ich eigentlich gar nicht. Weil ich hasse das, bei Spielen nachgucken zu müssen, was man tun muss. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass irgendwer, sagen wir mal, da was hochgeladen hat schon. Auch mit der Polizeistation. Das ist jetzt leider sehr scheiße, weil das Spiel zeigt mir jetzt nicht mehr an, wo der zweite Generator ist. Mir fehlt dieses Kästchen da oben. Diese, diese Anzeige. Ich finde das gerade scheiße. Weil ich will ja weiterspielen. Okay, warte, warte, warte. Das könnte jetzt aber... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen gerade? Das ist so assi gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Pause gemacht. Der hat mich aber trotzdem... Fuck. Der hat mich... Trotzdem hier weiterspielen lassen, in dem Sinne. Okay, also Fakt ist... Eigentlich in dem Raum, wo ich mich versteckt hab, war... ...vorher. Da war vorher. Nein, ich bin nicht da. Da war eigentlich... Da war eigentlich vorher... ...der Dings. Der Generator. Jetzt ist der aber dann nicht mehr da. Jetzt bin ich natürlich hier total am verzweifeln. Wo... Jetzt in der neuen Version... Dieser... Nein, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin gerade hier echt am verzweifeln, Kumpel. Ich bin gerade echt hier am verzweifeln, weil ich hier nichts finde, was mir... ...helfen soll. Willst du mich verarschen, hier hinten? Ich höre einen Hund. Gott. Okay. Okay, zumindestens ist der jetzt hier. Ich möchte... Nein, ich möchte gerne nochmal das hier machen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Warum geht die Scheiße nicht? Ist das auf der anderen Seite? Komm schon. Fuck, Alter. Das ist halt was total anderes, wenn du das hier alles alleine machen musst. Mach die Scheiße voll. Mach die Scheiße voll. Das ist so scheiße. Wieso? Boah, wieso? Wieso wurde mir das vorhin nicht angezeigt? Geschafft. Kann ich wieder was sehen? Nein, kann ich nicht. Zurück zum Verräter. Komm jetzt nicht hier hin. Scheiße! Okay, der hört das. Aber da bin ich leider nicht mehr. Haha, Idiot. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Scheiße, warum muss ich denn auch erschöpft sein, Digger? Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ist hier noch mein ganzes Zeug, ja. Ich nehme das sofort. Alter. 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 Fuck. Okay. Wir sind jetzt wieder bei der Snitch. Nein, da will ich nicht rein. Schiebe den Verräter. Wer bist du? Sie ist ja jetzt erst auf seiner Brustworte Snitch eingefritzt. Ich tue alles, was du willst. Ich tue mich nur hier raus, bitte. Du weißt, du. Finde den Schlüssel. Finde den Schlüsselhinweis im TV. Hau. Schlüsselherz. Ja. Ich weiß, dass der Schlüssel in irgendeiner Leiche drin ist. Das macht es gerade hier nicht besser. Schlüsselherz, ja. Lassen die mich da jetzt durch einfach? Verstecken. Verstecken, verstecken. Nee. Was ist es nicht? Wieso war da jemand? Hä? Was wird mir dann gezeugt? Hä? Nee, da ist die Snitch. Wait, ist in der Snitch? Ach, da, oh, da steht ja Key. Scheiße. Bin ich bescheuert. Da stand Key. Ich bin ja extra zurückgegangen. Okay. Okay. Was? Halte, ach so. Hm, lecker, lecker, lecker. Herz. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Schlüssel. Eingeführt ins Schlüssel. Ja. Ins Schlüsselloch. Kommt irgendwer? Ey, wenn jetzt jemand kommt, ich schreie. Ich schreie. Okay. Ja, was ist los mit mir? Ich will selber hier raus, Kumpel. Warum ist der überall jetzt zu? Kann ich mich verstecken? Hilfe. Oh Gott. Was? Wie sieht der mich denn? What the fuck? Ich bin tot, wenn ich mich jetzt nicht verstecke. Ich bin tot. Ich bin, ich bin tot. Scheiße, 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 scheiße. Oh nein. Ich bin tot. Ich siehe gerade. Ich siehe gerade. Ja, da muss ich das. Das ist es. Das ist es. Ja, 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 ja. Mach mal hoch. Caro. Caro, ja. Was? Und Caro? Boah, ich piss mir gleich in die Hose, Alter. Ehrlich. Ich piss mir gleich in die Hose. Ja, Caro. Was soll ich mit Caro? Mit Regeln. Scheiße. Scheiße. Hier ist die Flasche. Boah, Alter. Die einzige Flasche, die ich bin. Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Hallo. Ich möchte gerne das hier nehmen. Danke. Danke. Ich möchte gerne das hier nehmen. Sonst bin ich tot. Sonst bin ich tot. Und dann kann ich nicht weiterspielen. Boah, Digga. Hör auf. Hör auf damit. Hier. Dietrich. Mach ich. Mach ich sofort. Alter, bitte lass da so ein Dings drin sein. Ein Aidkit. Oh ja, ich danke dir. Ich danke dir. Für diese gute Gabe. Danke. Für diesen guten Tag. Okay. Okay, okay. Ich bin wieder fresh in the game. Mein Problem ist aber jetzt. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Hier ist. Was? You're supposed not to be here. So. Mein Problem ist halt jetzt. Nämlich folgendes. Nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wer? Wo? Was? Ihr seid doch bescheuert. Also da ist Raute. Oh. Beweis gefunden. Unser erstes Dokument, Leute. Hätt ich nicht gedacht. Da brauche ich wieder einen Dietrich. Geil. Boah, warte mal kurz. Sekunde. Kann ich? Kann ich mir das durchlesen? Wie geht denn das? Kann ich nicht. What the fuck? Hinweis Feuer. Oh Gott. Falsche Leiche. Oh Gott, das steht. Du kommst nicht hier rein. Oh ja, er kommt rein. Ich bin weg. Tschüss. Ich bin tausend Jahre von dir entfernt. Du kannst mir nichts antun. Aber was muss ich jetzt machen? Fuck, da war wieder der Typ. Ich muss irgendwie versuchen hier ein Bild vor Augen zu haben. Der hat meine Leiche hier total weggespült jetzt. Scheiße. Das wäre jetzt fatal, finde ich. Ja. Problem ist jetzt, was mache ich? Finde den Schlüssel. Oh, scheiße. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Oh Gott, hör auf damit. Hör auf damit, bitte. Ich flehe dich an, bitte. Hör auf damit. Schlüsselhase? Schlüsselhase. Oh Gott. Ja, ich möchte mich verstecken. Alter, das ist ja... Nein! Scheiße. Scheiße! Fuck, okay. Okay, jetzt weiß ich zumindest, was ich machen muss. Ich brauche die Leiche mit Hase. Gott. Was ist denn immer mit diesen Schoßen-Typen? Ah! Gott, Jesus. Gott, wenn mich Leute fragen, ich habe mich gar nicht erschrocken. Äh, äh. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Boah, habe ich... Ich komme hier gefühlt nicht weiter. Ey, das ist so... Das ist so assi. Das ist so assi. Ich komme hier nicht weiter gefühlt. Was? Okay, Mond. Und dann war es doch noch Schmetterling, oder nicht? Ich kriege gleich hier einen Hacken, Alter. Einen Durchsprung. Ist hier irgendwas, was ich brauche, Digga? Ich, 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 ich... Hier, ich brauche das Teil nochmal. Wenn ich das nehmen kann. Meine geistige Gesundheit. Dafür brauche ich einen Dittrich. Den habe ich nicht. Ich raste gleich hier aus. Ich bin gleich... Oh, hier ist ein Dittrich. Dittrich. Komm. Öffnen. Brauche ich dich noch... Brauche ich dich noch nicht mehr. Danke. Ach, das ist so eine Bombe. Geil. Boah, wie groß ist aber eigentlich dieser Schuppen? Ich, 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 Alter. Ich... Ich fuck hier total ab. Ich habe auch jetzt schon gleich keine... fucking... Dings mehr. Was ist das hier? Nee, brauche ich nicht. Ich bin gleich tot, ne? Weil... Ich schaffe das hier nicht. Ja, Mond. Das ist es. Ich kriege es nicht hin. Wieso lässt er mich jetzt nicht den Mond öffnen? Wieso geht das nicht? Ach, hier. Oh Gott, Jesus. Mondschlüssel. Eingepackt. Oh Gott, ja, natürlich. Ja, gut, dann tausche ich den Dittrich. Ich brauche unbedingt hier die... die Dings. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Nein. Was war es noch? Äh, Hase. Hase brauche ich, die Leiche. Hase. Oh, und hier ist ein Poster. Okay, interessant. Wie schon gesagt, ich... Ich verzweifle hier halt gerade ein bisschen, weil einfach... Ach, ja, Scheiße. ...weil das hier alles... ...so groß ist. Und ich abfacke. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Was ist das? Achso, das ist das Teil. Hab ich... Brauche ich nicht. Ich brauche den Hasen. Wo ist denn der Hase? Hier ist was. Halte Hinweis... Äh, Peak. Nee, Peak brauche ich nicht. Fuck, Alter. Ey, die Polizeistation, das ist einfach zu groß. Und ich fuck hier ab. Aua. Dietrich hab ich nicht. Und ich fuck hier halt ab, weil ich nicht... ...detzt direkt weiterkomme. Ist hier irgendwo... ...was, nein. Und weil ich halt so gar keinen Plan hab. Von irgendwas gerade. Und die will hier die ganze Zeit meine Leiche immer wieder weg. Rotieren. Schlüsselpeak. Oh Gott, ich müsste das hier alles auf einmal... ...und geviertelt und dreifach aufmachen, Digga. Willst du mich verarschen? Ey, ich weiß jetzt noch nicht mal, wo ich mehr bin. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich bin. Ich bin... What the fuck? Wo bin ich? Ich hab so... ...gar keine Orientierung mehr. Echt jetzt. Ich fühl mich gerade ein bisschen... Nee. Warte mal. Hä? Parking. Ich bin wieder hier. Okay. Das ist interessant... ...dass ich hier bin. Das nützt mir halt aber nix jetzt im Moment noch. Aufbrechen. What the fuck? Wo bin ich da? Scheiße. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Ja, das war so klar. Das war klar. Okay, wir nehmen das einfach schnell. Dann ist alles wieder gut. Oder auch nicht, weil ich hab so gar keinen Plan, was ich machen muss. Okay, jetzt bin ich... Ey, ich bin schon wieder... Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin so fucking im Kreis gelaufen. Ich bin stupid. Wie klein ist stupid irgendwas. Fuck. Das ist nicht... Das läuft hier nicht gerade so, wie ich will. Boah. Ich bin gerade gearrscht wie sonst was gerade. Ich bin gerade so gearrscht. Okay, hier ist... Hier ist der Ausgang. Boah, Leute. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Es ist einfach so komplex. Boah. Warte mal kurz. Oh, fuck, Alter. Fuck. Das ist so komplex. Und wieder so groß. Das schaffe ich nicht alleine. Boah. Das ist echt... Das... Boah, das ist... Alter. Das ist echt... Too much. Ich krieg das nicht alleine hin. Bin ich ehrlich. Ich brauch dann noch mindestens Lily. Damit die... Mir dann auch nochmal hier weiterhilft. Das ist einfach groß. Das ist einfach gigantisch groß. Und... Und... Boah. Weil ich gefühlt hab ja jetzt... Nur einen... Schlüssel gefunden. Richtig? Ich hab nur einen Schlüssel gefunden. Ne, noch nicht mal. Der hat mich das ja nicht machen lassen. Ne, doch. Den Mondschlüssel hatte ich. Den Mondschlüssel hab ich. Aber die anderen. Ich find das nicht. Das ist so komplex. Das ist so groß hier alles. Ich... 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 Ich muss erst mal wieder auch runterkommen. Erst mal mich sammeln. Und wir werden... Dann beim nächsten Mal nochmal auch vielleicht mit Lily zusammen versuchen, diese Polizeistation hier zu machen. Boah. Ich... 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 Ich muss jetzt erst mal runterkommen wieder. Und ich muss mich erst mal wieder sammeln. Aber... Ich hoffe natürlich, dass euch der erste Eindruck von der Polizeistation gefallen hat. Wenn... Äh... Wir das dann beim nächsten Mal nochmal machen. Zusammen, Lily und ich. Dann versuchen wir aber natürlich euch das Ende von dieser Prüfung zu zeigen. Boah. Ich... Ich bin gerade... Boah. Ich muss erst mal wieder runterkommen. Ähm... Ne, auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann las dem einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr auch solche und andere Videos hier nicht mehr verpasst. Und besucht mich auf Instagram. Äh... Da heiße ich da. Ma.rip. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Polizeistation von The Outlast Trails. Also bis dahin. Tschüss und macht's gut. Tschüss und macht's gut.